Das Schifffahren ist natürlich auch noch ein zentrales Anliegen von mir. Das habe ich sehr gerne und ich bin vielfach, wenn ich längere Reisen unternehme, bin ich hier mit dem Schiff unterwegs. Und das ist eigentlich die Urform der Navigation, der Orientierung in einem Raum. Die Schiffsleute haben eigentlich die Navigation neben den Leuten in der Wüste eben die Navigation erfunden. Das bin ich überzeugt.